Ich höre Weihnachtssied, Leute. Ja, Bro, das ist der scheiß Ding, du Dab. Wieso steht Daniel einfach rum? Er steht jetzt auf dem Klo. Hey, warum ist der tot? Gott weiß es. Ich nicht. Aha. Ich habe ein Geschenk. Guck mal. Aha. Das kannst du aufmachen. Kann man aufmachen, was ist da drin? Ein Staringwheel. Ich habe meine. Bienen. Oh ja, Mann. Das wird so schief gehen. Ah, ich habe daneben geklickt. Okay, nochmal, warte. Was ist das? Junge, ich klicke daneben, weil das eine Schräge ist. Ach, Digga. Ich renne jetzt einfach random irgendwo hin und hoff. Donde ist da la Aranja? Was? Was denn? Der Spider. Daniel. Jungs. Ja, servus. Ich habe euch den größten Bangern gefunden. Ja. Homemade Flashbang. Alex, Alex, Alex. Siehst du das hier? Das Rohr? Yo, was da für euch? Digga. Geil. Komm halt zu mir, hier ist noch voll der weite Weg. Ja, bei uns nicht. Komm, man mit. Ja, ha. Das Tor ist gerade langsam ein Stück weit zugegangen, wo ich da durchgelaufen bin. Ja, ja, endlich. Komm, du kommst, du, 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 du. Das ist ein Stück weit. Ja, das geht nicht ganz zu. Ja, das geht, das ist eine Wahrscheinlichkeit, das ist eine Wahrscheinlichkeit. Dann haben wir nach einem rausgelaufen, dann ging es auch zu. Ja, hier. Ja. Ich habe Angst, dass wenn es noch einmal geht, wir dann abgetrennt sind voneinander. Nee, nix mit drunten durch, crouchend. Wollen wir jetzt einfach schauen? Dass ein Hund und ein Örfle weint. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Ey, das sieht ja sogar aus wie ein Weihnachtsbaum. Wenn meine Hose raschelt, jetzt hör auf. Wie machen wir das aus? Ich habe das Mädchen, Jungs. Ich habe das Mädchen. Oh, dann rennen. Oh mein Gott. Danny, Danny, komm mit, einfach mit, einfach mit, einfach weiter, einfach weiter. Beeil dich. Curve, das anzugucken. Ich bin nicht mehr genug. Okay. Okay, Beeilung. Danny, du musst rausfinden. Dann, irgendwie. Danny, Danny, komm her, komm her, komm her. Nein, 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 ein Bild, ne, ein Bild. Nein, das lass ich da, hatte gar nichts. Bro. Danny, komm mit. What the fuck. Oder warte mal, warte mal. Ich glaube, ich gucke noch, ob ich das Bild finde. Also du musst mein theoretisch woher geradeaus. Ja, komm mal mit, bitte. Ich hab kein Licht mehr. Ich hab kein Licht mehr. Ich hab, ich hab. Weiter. Okay, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir gehen. Okay, pass auf, dass du kein Hund hier nennst. Was hat er denn für ein Problem gehabt jetzt mit mir? Alex ist, ja, schade. Naja, wir haben verloren. Ach, fick mich doch. Wir runnest durch. Was macht alles Alex außerhalb vom Haus? Digga, Danny, es liegt alles an Danny. Tippe unsere Leichen. Wir machen den Idiot. Danny, bist du eine... Bist du eine... Bist du eine Wälder? Du musst dir scheiß Schakobox angetäuscht und du siehst, dann 50.000 haben auch, wie zugesprimtet. Okay, okay. Rein da. Zeit ist zwar Eclipse, aber rein da. Okay, Jungs, all or nothing, rein da. Wir müssen. Lack was. Oh, nee, Digga. Renn. Jungs. Chippie, chippie, chippie. Chippie. Alles gut bei den Dreh. Alles gut bei den Dreh. Okay, Jungs. Soll ich versuchen, Daniel Items zu holen oder fliegen wir los? Entscheidet euch mit dem Autopiloten. Also, ich kann Daniel tippen. Danny? Ja? Guck mal, es gibt neue Eizungs. What the fuck? Ich wacke, den siehst du alles gut. Danny. Danny, sag mal Alex. Der Hund ist da, der Hund ist da. Das sind fast alle gestorben. Alter. Der echte Band. Aua. Daniel, ich habe gar nichts. Ich habe die Cashless aufhalten lassen. Das war keine gute Idee. Dieser fucking Roboter hat mich so verraten, Junge. Ich weiß, deswegen ist das Alter so dreckig die Nacht. Diesmal nicht eclipsed, hoffentlich. Bitte. Alle drei Mone sind eclipsed. Nee, das mittlere sind. Wir sind gerade mittlere. Ja, die sind gerade alle drei eclipsed. Arschrutz. Ja, no risk, no fun. Nein, ich bleib hier. Warum hast du nicht geredet? Ich habe Angst vor einem Typen, der dich hört. Ich habe hier eine Tragödie gefunden, Jungs. Jungs, ich habe ein Problem. Ich werde sterben. Jungs. Äh, ein Problem. Was hört ihr? Das war so ein Vieh, was sich auf sein Gesicht gesetzt hat. Wir laufen, äh, hier laufen Nussklacker rum. Bede? 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 Ja. Hast du ihn? Bruder, das ist doch der Impost da. Das ist der Sinn da weg von dem. Das ist böse. Oh nein. Warum ist der Peter denn hier? Bede, 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 was soll ich machen? Hast du was gesehen? Bro, ich bin an der Tragödie gestorben. Was hat sich das nicht gemacht? Hast du sie angezogen? Nein, also ich habe die Maske in der Hand gehabt. Also ich habe links klick gedruckt, aber da stand nicht, dass ich irgendwas machen kann. Und da hat er sich die Maske angezogen und dann bin ich irgendwie gestorben. Also das war ganz kraft. Alex hat keine Gegner gesehen, deswegen hat er wahrscheinlich niemanden tp'd. Er hat selbst jetzt noch keinen tp'd. Wir laufen beide auf der Map rum. Aber die kommen gerade, glaube ich. Die kommen gerade. Der Danny ist so ein Donkey, Alter. Ich glaube, oh Gott, dieses Game macht das mit meinem Kopf. Wieso zum Ficken rafft Danny nicht, dass ich schon längst tot bin auf meine Poster bekomme? Ja, das Mädchen ist da. Oder ist es Benne? Ich weiß es nicht. Oder ist es Benne? Warum bist du hier? Du bist so wie im Kreis, drehst du einfach die ganze Zeit. Weißt du, ich finde, lass, ja, ja, das ist so geil. Aber lass, lass nicht Autopilot machen, das ist irgendwie zu witzig. Komm, Fynn. Wollt, ist mein Charakter da? Mein Charakter ist da! Oh mein Gott, nee, oh mein Gott. Banjo! Oh nein, oh nein. Banjo! Das Mädchen ist wirklich hier. Mami, Mami, Mami. Ich will das nicht. Achtung, Achtung. Ihr bist doch gar nicht aufgefallen. Das ist gar nicht was. Und so ein Fick ist ja nichts. Das ist nicht Benne. Das ist nicht Benne? Das ist ein Vieh, was er auf dem Kopf hat. Was bist du? Danny, flieh los, Danny. Was zum Arsch? Was zur Hölle? Was ist das? Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr so im Kreis dreht. Benne hat die Maske aufgesetzt. Und ich habe mich gefragt, warum kriegt ihr euch die ganze Zeit? Mein Starker, bitte. Oh, oh, links Turret. Hä? Achso. Wo ein muss Knacker? Ach, das ist das, wo man... Das ist das, wo man die Box ditchen kann. Was? Die Box ist hier. Ernsthaft? Wie in Ditch war die Box? Nein. Ich weiß, also wenn sie... Alex, wir müssen raus. Es steht da nichts mehr. Bei mir steht es auch nicht. Ich opfere mich. Okay, ich gehe mit. Ich komme wieder raus. Sie steht da. Sie ist direkt auf uns zugelaufen, aber sie war normal noch. Ja, und das Turret hat uns angeschossen. Ja, wir sterben einfach. Ja. Sie weintet! Ich würde gerne mal versuchen, die zu ditchen, ne? Mach mal. Ja, Jungs, ich gehe mal zum Schiff, ne? Nein, 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 bleib, bleib. Daddy ist im Schiff. Vertrauen, wir gehen jetzt rein. Ich ditch die jetzt, ich ditch die jetzt. Komm jetzt. Komm, komm, wir machen das. Wir werden doch eh sterben. Wieso ist der F***er hier jetzt? So, du kannst jetzt in der Theorie immer hin und her hüpfen. Wenn die Box oben hin rennt, dann hüpfst du wieder auf die andere Seite. Nein, der ist tot. Oh. Äh, ja, dann viel Glück, ne? Da ist der Nutcrack. Wait. Aua! Voll unwitzig. Hey, voll blöd. Aha. 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 Oh! Ich möchte es ja nicht herausfordern und jinxen, ne? Aber weißt du, was wir heute noch gar nicht gesehen haben? Vielleicht den Masseberg? Ja, den Bracken. Das ist ein Slime. Und den Motor links. Ja, wir können auch einfach gehen. Nein, Slime. Äh, Motor, Motor. Bracken! Bracken! Bitte, Daniel, nimm den Motor und wir gehen. Da, hier, hier, Mac. Schnell. Irgendwie. Ah, wer der... Schnell. 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 Save.